Einer der größten Schätze Augsburgs ist die lebendige Pluralität unserer Stadtgesellschaft. In ihr lebt eine Vielfalt an Weltanschauungen, Glaubensrichtungen und Kulturen im guten Dialog miteinander. Dafür ist auch die christlich-jüdische Zusammenarbeit ein bewundernswertes und leuchtendes Beispiel. Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, gestern fand bundesweit der Auftakt der Woche der Brüderlichkeit für das Jahr 2021 statt. Seit fast 70 Jahren steht sie in ganz Deutschland für das Bemühen um den lebendigen Dialog zwischen den Angehörigen des jüdischen Glaubens und den christlichen Religionen. Es ist dieser Dialog, der nach dem Holocaust durch den Nationalsozialismus eine Chance auf Aussöhnung ermöglicht hat. Wir haben diese Chance während der vergangenen Jahrzehnte durchaus erfolgreich genutzt. Aber den Weg der Aussöhnung, den müssen wir auch weiterhin konsequent gehen, damit der Frieden dauerhaft in unserer Gesellschaft gewahrt bleibt. Zeugnisse belegen, dass bereits vor 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland angesiedelt war. Für Augsburg ist dies Anfang des 13. Jahrhunderts erstmals beurkundet. Im selben Jahrhundert wird hier auch bereits eine erste Synagoge erwähnt. Damit ist unmissverständlich formuliert, dass jüdisches Leben und der jüdische Glaube Teil unserer Kultur sind. Sie alle wissen, national verblendete Ideologien haben das jüdische Volk über Jahrhunderte immer wieder angefeindet und verfolgt. Augsburg war da keine Ausnahme. Mehrfach wurden jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Stadt ausgewiesen. Auch hier fand 1938 das Novemberpogrom statt. Auch aus Augsburg mussten Jüdinnen und Juden fliehen und wurden im Konzentrationslager deportiert. Eine Dauerausstellung im Jüdischen Kulturmuseum Augsburg gewährt einen sehenswerten Einblick in die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Augsburg. Dass heute in Deutschland jüdisches Leben wieder möglich ist, verdanken wir vor allem den Akteuren der über 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Auch hier, wo die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Augsburg und Schwaben e.V. gemeinsam mit der Stadt und anderen Initiativen seit Jahrzehnten Erinnerungskultur pflegt. Dieses Erinnern beleuchtet auch heuer das Leitthema der Woche der Brüderlichkeit. Mit dem Thema Visual History soll die Bedeutung visueller Medien für die Erinnerungs- und Gedenkkultur hervorgehoben werden. Hier in Augsburg gibt es eine Vielzahl an sichtbaren und sichtbar gemachten Erinnerungsorten, welche die nationalsozialistische Gewaltherrschaft gegen das jüdische Volk anmahnen und gleichzeitig Zeugnisse jüdischen Lebens hier in Augsburg sind. Ich freue mich sehr darüber, dass wir hier in Augsburg den jüdisch-christlichen Dialog intensiv und herzlich pflegen. Darauf dürfen alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt stolz sein. Vor allem auch deshalb, weil dieser Dialog auch das Interesse an unterschiedlichen Kulturen und Lebensformen widerspiegelt, die zu Deutschland gehören. Nicht nur eine Woche lang, sondern an allen Tagen des Jahres. Weil mir dieser Dialog so wichtig ist, habe ich als Oberbürgermeisterin der Stadt erstmals auch die Schirmherrschaft für die Augsburger Woche der Brüderlichkeit 2021 übernommen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, gilt es, diesen Dialog intensiv zu pflegen. Und mehr denn je gilt es, offen und beherzt gegen jede Form von Antisemitismus oder Rassismus aufzustehen und sich für Toleranz, Zusammenhalt und Demokratie stark zu machen. Die Woche der Brüderlichkeit ist ein sichtbares Zeichen, das die Position der Friedensstadt Augsburg klar aufzeigt. Frieden hat nur im täglich gelebten und geachteten Miteinander von jüdischem und christlichem Leben wie auch allen anderen Glaubensrichtungen Bestand. Daran halten wir weiterhin fest. ... ... ... ... ... Amen. 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 Am vergangenen Sonntag fand eine ungewöhnliche Auftaktveranstaltung der sogenannten Woche der Brüderlichkeit in Stuttgart statt. Das Präsidium des Deutschen Koordinierungsrates überreichte Christian Stückel, dem Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, die Bubarosenzweigmedaille. Ungewöhnlich dabei war, dass bis auf wenige Anwesende das Publikum fehlte. In den letzten Jahren ohne Pandemie nahmen immer über tausend Menschen an diesem wichtigen Ereignis teil. Diesmal aber wurde es live gestreamt. Die Bedeutung dieses öffentlichen Auftaktes, der jetzt über die Medien für weit mehr als tausend Menschen seh- und hörbar war, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Denn die Botschaft lautet, Juden und Christen halten zusammen und sie setzen sich dafür ein, dass der Zusammenhalt in der ganzen Gesellschaft gestärkt wird. In der aktuellen Situation dürfen wir das Feld der Präsenz- und Meinungsäußerung nicht allein den radikalen und spaltenden Kräften überlassen. Deshalb ist es sogar förderlich, wenn manche Veranstaltungen der Woche der Brüderlichkeit verschoben werden müssen. Damit feiern wir nicht ein paar Tage, sondern ein Jahr der Brüderlichkeit bzw. Geschwisterlichkeit. In beispielhafter Weise hat Christian Stückel mit seiner Interpretation der Oberarmagauer Passionsspiele zum diesjährigen Thema der Woche der Brüderlichkeit zu eurem Gedächtnis, Visual History, einen Beitrag geleistet. Weit über tausend Jahre geschah das Erinnern an die Passion Christi auf Kosten der Juden. Es war eine Selbstverständlichkeit, den Juden die Schuld an der Hinrichtung Jesu zuzuschieben. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren gehörte diese Behauptung zur katholischen Tradition und Theologie. Die Leistung von Christian Stückel ist, dass er die Vorwürfe des Antisemitismus gegen das Drehbuch der Passionsspiele zum ersten Mal ernst genommen hat und es entsprechend umgeschrieben hat. Um diesen Kontext für seine Schauspieler und Schauspielerinnen verständlich und nachvollziehbar zu machen, hat er keine Mühe gescheut, sondern hat ihnen allen ermöglicht, nach Israel zu reisen, um sich dort mit der jüdischen Religion und Tradition vertraut zu machen. Die Oberarmagauer Passionsspiele sind kein theologisches Lehrbuch, sondern ein szenisches Bilderbuch. Die Zuschauer werden emotional berührt von diesen Bildern und lernen eindrücklich, dass die katholische Tradition sich weiterentwickelt hat. Sie setzt sich jetzt ausdrücklich für den Dialog mit dem Judentum ein und wendet sich endlich von einer Ausgrenzung des Jüdischen in ihrer Theologie ab. Diese Bildebene ist heute insgesamt ein sehr prägender Faktor, sowohl in den Medien als auch in der privaten Kommunikation. Wie kann Erinnerungs- und Gedenkarbeit diesen wichtigen Impuls einbeziehen? Das ist die Frage, der sich unser Jahresthema zu eurem Gedächtnis Visual History stellt. Eine wichtige Ressource hat auch die Shoah Foundation erschlossen. Die von Steven Spielberg gegründete Stiftung hat ermöglicht, dass 50.000 videoaufgezeichnete Erlebnisberichte von Überlebenden und Zeugen der Shoah aus 56 Ländern und 32 verschiedenen Sprachen realisiert werden konnten. Auch für den Bildungsbereich wurden hier erste Schritte unternommen. Zusammen mit einer Berliner Universität hat die Shoah Stiftung den Einsatz dieser Videoaufzeichnungen im Schulunterricht untersucht und Formen didaktischer Arbeit mit den Auto-Interviews entwickelt und erprobt. Diese Beispiele zeigen, dass bereits in unterschiedlichen Feldern die Erinnerungsarbeit weiterentwickelt wird. Alle gesellschaftlichen Kräfte sollten mitwirken, das Erinnern, Gedenken und Gedächtnis lebendig bleiben und eine wirksame Botschaft vermitteln. Vor allem für die Zukunft, wenn keine lebendigen, authentischen Zeitzeugen mehr zu uns sprechen können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 für nächste Generationen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heute sind manche Gedenksteine auf dem Friedhof, 200 bis 300 Jahre alt, eine Art Stadtarchiv in Stein. Zum Beispiel eine Gruft an der Wand im nördlichen alten Friedhofsteil, die aus dem 18. Jahrhundert stammt. Sie wurde von Philipp und Antoinette Gutermann von Bibern angelegt, die zu einer Familie von Wechselnotaren und Advokaten gehörten. Die Verstorbenen waren ihren Familien sehr wertvoll. Das ist sogar selbst am Grabstein noch abzulesen. Die Gruftplatte ist aus wertvollem Sandstein, der mit einem Füllhorn, Putten und Metallenthasien verziert ist. Auch die Beschriftungen der alten Grabsteine sind bemerkenswert. Früher reichten nicht nur Namen, Geburts- und Todestag. Manche Inschriften erzählen etwas vom Leben der Toten. Da werden in Gold unsere innigst geliebte Gattin und Mutter Luise Oswald Feinbäckereibesitzers Gattin. Oder Johann und Amalie Oswald Brandweinbrennereibesitzers Eheleute betrauert. Aber auch nonverbal wird an das individuelle Leben erinnert. Zum Beispiel mit dem Grabmal des früheren Textilfabrikanten Riedinger, das eine Skulptur aus Kupfer mit Zahnrad und Bienenkorb zeigt. Eine lange Liste von berühmten Augsburgerinnen und Augsburgern, die hier begraben sind, wäre hier anzufügen. Zum Beispiel Anna-Barbara von Stetten und Elias Holl. Aber auch der Sozialist Hans Rollwagen hat hier ein Grabdenkmal. Und auch Zwangsarbeiter der Nationalsozialisten fanden hier ihre letzte Ruhe. Ich lebe und ihr sollt leben, sagt Jesus. Das ist eine Zusage. Ihr seid unvergessen. Ihr bleibt lebendig bei Gott und in unseren Erinnerungen. Ein herzliches Grüß Gott zur feierlichen Schlussveranstaltung der Woche der Brüderlichkeit im Goldenen Saal in Augsburg. Auch im Namen von Herrn Kultusminister Michael Peerzolo darf ich Sie alle ganz herzlich grüßen. Hinter uns liegen Monate der Herausforderungen, Einschränkungen und Entbehrungen, wie wir sie noch vor einem Jahr für unmöglich gehalten hätten. Umso mehr danke ich Ihnen, dass Sie trotz der Corona-Krise die Woche der Brüderlichkeit mit Leben gefüllt haben. Mit mehr als 50 Veranstaltungen haben Sie ein abwechslungsreiches und bewegendes Programm zusammengestellt. Danke für dieses vielfältige Angebot und für Ihr enormes Engagement. Für diese Woche der Brüderlichkeit haben Sie ein zukunftsweisendes Motto gewählt. Zu Eurem Gedächtnis. Visual History. Die vielen virtuellen Veranstaltungen während der Corona-Pandemie haben uns gezeigt, wie wichtig Bilder für uns Menschen sind. Gerade auch für junge Menschen. Bilder sagen mehr als Worte. Bilder prägen sich ein. Bilder berühren unser Herz. Geschichte in Bilder zu fassen heißt, sich etwas zu vergegenwärtigen. Mit Bildern holen wir die Geschichte mitten in unsere Gegenwart. Das ist umso wichtiger in einer Zeit, in der es immer weniger Zeitzeugen der Shoah gibt, dafür aber immer mehr Verschwörungstheoretiker, Rassisten und Antisemiten. Hier setzen die Menschen in den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit an. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Versöhnung und Verständigung. Und das seit mehr als 70 Jahren. Sie halten den christlich-jüdischen Dialog lebendig und setzen sich ein für eine Kultur des respektvollen Miteinanders. Sie stellen sich Formen des Antisemitismus, des Extremismus und der Ausgrenzung entgegen. Ihr ehrenamtliches Engagement ist ein Vorbild für uns alle. Vergelt's Gott für diesen großartigen Einsatz. Vorbilder sind wichtig, gerade auch für unsere jungen Menschen. Darum freue ich mich sehr, dass dieses Jahr der Regisseur und Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückel, die Buba-Rosenzweig-Medaille erhalten hat. Mein Glückwunsch zu dieser herausragenden Auszeichnung. Werte kann man nicht lehren. Man muss sie leben und vorleben. Darum tragen unsere Schulen bei der Wertebildung und Demokratieerziehung eine ganz besondere Verantwortung. Sie legen die Basis für demokratisches Denken und Handeln. Sie legen das Fundament für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft. Gleichzeitig sind das aktive Eintreten gegen Antisemitismus und der Einsatz für demokratische Werte, Toleranz und Zivilcourage eine kontinuierliche gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Darum bitte ich Sie, setzen Sie sich weiterhin ein für Menschenrechte und Völkerverständigung. Als Staatssekretärin im Kultusministerium und persönlich danke ich Ihnen für Ihre wichtige Vorbildfunktion. Mit Ihren Veranstaltungen füllen Sie auch das Jubiläumsjahr 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte mit Leben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihrer unverzichtbaren Arbeit. Ich wünsche Ihnen viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihrer unverzichtbaren Arbeit. Ich wünsche Ihnen viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihnen. Ja! Ich wünsche Ihnen viel Elan, Hermann. Ich wünsche Ihnen alles Yungen! Ich wünsche Ihnen viel Elan, Glück und Erfolg bei Ihnen!